Du bist auch noch damit durchgekommen. Arcade Games früher. Best ever. Oh ja. Arcade, Amerika. Gameboy, mit dem du noch einen erschlagen konntest. Oh, das habe ich gefeiert, als ich den alten Gameboy bekommen habe. Toll, da rennt ein Star Wars-Männchen rum. Was? Nein. Vollidiot. Es ist Super Mario Bros. Was ist das? In 2D. Aber ich habe immer die Sega gehabt, die 16-bit Mega Drive. Nein, ich habe von Nintendo. Mein erstes war ColecnoVision. Das war weder Sega noch Nintendo. Trau Nintendo, die Playstation 1. Das war meine Zeit. Oh je, bist du jung, ey. Ja, du bist schon so eine richtige... Was für Nintendo hattest du? Ich weiß nicht, war das Super Nintendo oder war der Nintendo 64? Super Nintendo, ne? Der Super Nintendo und der N64 waren beide grau. Okay. Warum kann ich... Die neue Revision von den beiden. Ja. Diese viereckigen... Der NES hatte diese viereckigen Controller, die noch zwei Tasten hatten, keine L und R. Und... Und... Hat wirklich die Merkel gewonnen, gell? Naja, sag ich doch. Ja. Ist schon zwei Folgen her jetzt, aber ist... Ja, ja. Ist immer noch so. Also es hat sich seitdem nichts geändert, Josh. Ich wandere aus. Du bist doch erst hierher gewandert. Eingewandert. Ey, jetzt... Kannst du mich hier nicht hinlegen? Ich hol dir abgesetzt. Kannst du mich hier nicht hinlegen, weil... Kometen. Josh, beschwere dich nicht, geh du erst mal wählen. Falscht. Wir wissen warum. Wen hat Josh gewählt? NPD. Richtig geil. Ja. NPD. Ich meine, als Vertreter der ausländischen Gemeinschaft ist es natürlich richtig. Sowieso. Ich hasse mich selbst. Meiß mich raus. Raus mit mir. Ihr lasst mich nicht gehen, aber ich würde mich auch so rausschmeißen. Glaubt mir, ihr wollt mich nicht hier haben. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr den total... Wo sind denn hier noch Monster in der Nähe? Denkst du mir, das ist ein Spiel, du Arschloch? Warte, wer labert denn hier? Ist ein Enderman in der Nähe? Was? Enderman, do whatever Enderman does. Ich will ja nicht angucken, der haut mir voll auf die Fresse. Ja, richtig so. Der kennt dich. Der will seinen Grund dafür haben. Wiederheim, der kennt dich. Wie ein König auf der Straße. Ja, auch immer. Sobald ich hier irgendwo raussteige oder so, gibt es immer direkt aufs Maul. Eine Schelle, ja. Pimbeln zu sich. Nichts passiert, mir ist nur ein Creeper in der Fresse explodiert. Ja, so ein Creeper in der Fresse. Oh, hier ist auch ein Creeper. So ein Creeper in der Fresse eitert ganz schlecht aus. Boah, da sind aber ein Arsch voll Creeper, gell? Bei dir haben wir Sven. Bei mir sind zwei Stück und die explodieren nichts. Das Schlimme ist, ich sehe gar nichts hier. Ich sehe nichts. Was, der hat nur zwei Felder kaputt gemacht? Ich würde mich hier gerne hinlegen, aber... Komm, du auch noch hier. Bam. Komm, du auch noch hier, leg dich zu mech. Scheiße, ich glaube, der Enderman ist unter mir. Ich glaube, unter mir ist echt eine Höhle. Da habe ich immer wieder den richtigen Bauplatz ausgesucht. Josh, ich nehme mal ein Bett mit und da legen wir uns bei dir hin, ja. Ich habe hier so eine Kiesgrube. Das ist meine, meine Dingsvernichtungsgrube. Die Typen, die explodieren. Wie heißen die? Creep. Explobobs. Komm hier rein, du Schaf. Komm rein. Komm. Wichtig. Die nennt man Al-Qaida. Komm rein jetzt. Spass, ich schaffe wirklich jetzt. Komm hier rein. Moment, du schiebst von hinten an. Oh, komm, komm, nein. Hier, guck mal hier, Weizen, 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 Weizen. Komm, 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 komm. Du blödes Vieh, Herrgott. Jetzt, jetzt. Komm jetzt rein. Komm, 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 komm. So, mach kurz was einstellen. Ja, ja, ja. Nein, nein. Ich habe jetzt mal das Bild gewechselt. Ja, ja, nein, nein, nein. Ich glaube, das passt nicht durch die Tür, Josh. Das passt. Das hat so passend. Ja, hier kann ich nicht rumstehen. Ja, hier kann ich nicht rumstehen. Oh, Bumgoy. Dann mach ich mal das da. Ja, dann warte, komm, ich habe ja eh so keines Minigegen. Was leuchtet über mir die Spinne so? Das ist eine Leitspinne. Josh. Komm rein, schnell. Scheißig, geil, was ist, komm rein. Warum? Was sagt ihr denn nix? Zwei, drei Creepershinens, die der war. Da hinten geblieben. Wo ist das Schaf jetzt hin? Du sitzt hier oben jetzt. Komm, leg dich ins Bett. Du auch, Mann. Leg dich hin. Yo. Support. Äh, sofort. Mach die Hose auf. Da ist es, da ist es. Siehst du es? Die Missgeburt. Sag sofort dazu. Ich liege im Bett. Die Missgeburt. Die Scheißschaf. Das ist so geil mit dem. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Die Missgeburt. Das Bastardschaf ist weg. Ach du, oh Creepers, Creepers. Woa. Rechts von dir, links von dir. Oh mein Gott, das ist die Lichter, die hinter dir. Oh Gott, lauf. Ich höre, boom, 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 scheiße. Das hätte so ganz von mir aussehen müssen, der ist im Zingel von dem Creeper und rennt davon rein wie so ein Irrer. Oh, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Ich wollte wissen, warum ich heiß spinne so leuchten nachts. Das ist ein Giftspinn. Also die Höhlen spinnen. Kannst du mal probieren zu streicheln. Oh, 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 oh. Kommt noch rein, kommt noch rein, kommt noch rein, kommt noch rein, kommt noch rein. Die jagen dich. Ich meine, ich dauert es, ey. Er hat so verrückte Vögel, ey, ist unglaublich. Los, komm doch, warte, 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 komm, warte, komm nur her. Ich meine, der steht voll abgeschmerzt, ey. Hey, woher vor dir? Hey, Lukas, der vollidiot, ey. Lukas, ne? Vollidiot, ey. Hallo, diskriminiert mich nicht, ihr scheiß Naht. Was macht das Schaf denn jetzt hier, oder ist das ein anderes? Hier, komm mal. Lass das Ding los in Ruhe, das gehört mir. Lass das Ding los. Das Schaf, was bei mir an der Hütte ist, ist meins. Ne, ne, ich meine, das Schaf, was bei mir ist, sein Arsch gehört mir. Ja, viel Spaß, kannst du haben. Komm rein, Schaf. Ja. Ja. Ja, Schaf. Ja, ja. Hörst du nachts so aus, Josh House. Mensch, heute. Mäh, mäh. Mäh. Was machst du denn, Josh? Äh. Äh. Gucken, gucken. Ich gucke nur. Ich untersuche das Ding. Das Schaf war krank. Bostkrank. Mäh, mäh. Oh, mäh, mäh, mäh. 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 Wisst ihr, wir haben jetzt, äh, fast acht Folgen nur scheiße gelabert, ne? Das ist fast schon. Ja, hallo, was erwartest du? Ach, du, so wie immer. Eigentlich genau das. Ich dachte eben, ich hatte ein Creeper-Geräusch gehört. Meine Reaktion. Alles weggebrochen, weggeraten. Ich habe mir kurz in der Hand gehabt, ich sage mal, Gott. Da habe ich hier so einen Baum versteckt. Da ist so ein Stück hier so einen Baum reingebuttelt in die Pflanzen. Dann habe ich da reingestellt. Ey, ich mache mir gleich ein anderes Texturpack drauf. Ja. Texturpack? Was ist das? Ja, das Problem. Denn das hat auch die Sounds von den, äh, Creepern verändert. Ich höre die ganze Zeit, I love you, I love you. Was hörst du? Ja, das könnte ungesund sein. Also wenn du I love you hörst, dann haust du lieber ab. Das wie bei den Frauen auch, wenn du I love you hörst, dann ziehst du ab. Der Holzkrüppel ist irgendwo unter meiner Bude. Ich weiß noch nicht wo. Und wenn ich ihn angreife, dann... Der Holzkrüppel ist... ...mach der Moose aus mir. Nein, das ist... Moose-Chocolat. Ja, das ist gut. Weiter vorhin Rittersport und Moose-Chocolat. Ey, voll geil. Voll geil on. Voll geil on, alter. Das war Spaß. Ja, das ist nicht so viel. Irgendwas Kaufen. I love you. I love you. Aua. Halt dir zu viel. Das muss es mir tun. Prozent sie sind uns jetzt noch mehr Thema anzufangen wenn man nur wo er war nächsten er war ich nicht mehr ist einig auf das ist was schnell ist dein Geschlechtsverkehr Prozent gerade aufhören ist das Thema das wird ein bisschen länger dauern bis wir damit durch sind welches dann aber nicht er geht es um Online-Communities Ach, das scheitert. Oh yeah! Oh yeah! Die Spaß ist die... Genau die sind das, ja. Die Community, die Spaß ist. Meinst du die, wo wir so tun, dass wir sie troll finden? Wenn wir so zu Videos gucken? Das hat der Josh gesagt! Ja, hated ihn! Eine Folge später, Josh ist nicht mehr bei Hall of Gaming. Ja, ja. Wir mussten uns von einer Person trennen. Es tut uns leid, war echt ein netter Kerl. Aber dafür spielt der Lukas jetzt mit! Ja, genau! Ihr Spaß! Ihr Spaß, ne. Ja, ich denk mal grad so, die von Dota, League of Legends und so, die könnte man mal ansprechen, weil sonst ja ich Leute mit beider... Da kannst du... Volle Idioten, ey. Da hast du Menschen dabei, die sollten das Spiel in Unleas einfach installieren, ja? Aber nicht... Das ist einfach so schlecht! Aber nicht, weil sie scheiße spielen, sondern weil sie einfach nur scheiße draus. Ja doch eben, deswegen! Ich mein, die, wo scheiße spielen! Josh gehört ja zu den anderen. Genau, ich gehöre zu denen, die dann einfach rumzuschreiben, wie die gestört werden, um zu blöken. So ein geistes Bock! Boah, es ist gut, dass ich auf letztens keinen Sprachschritt hat, weißt? Es gibt einen Dota schon Sprachschritt, Da reden aber wenigstens nur die ganzen alten Russen. Nicht die Kinder! Das ist immer der Anfang! Alter, einen lollen Sprachschritt, das wär mein Untergang. Ich würd's auch lebenslang gebannt werden. Ey, du Arschloch! Ich hab deine Mutter gefickt! Bäh, 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 bäh! Jaja, ein neues Account angelegt, gebannt. Wie lange hast du gespielt? Ah ja, so... 20 Minuten. Also ich hab... so ein Match hab ich geschafft! Wir waren doch im Außermenü der Charaktere! Ja, genau! Ich geh mit! Wie kannst du mitgehen mit der Figur? Bist du mich heil oder was? Wieso mich Schuhe im Hirn? Bring dich auf! Ich bin deine IP raus! Ich reiß dich alle aneinander! Scheiß Hitler-Nazi-Art auf Kacke! Was? 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 Wir werden nicht von der GEMA zensiert, sondern von der NSA. Von der deutschen Bundesregierung. Wir haben einen schlechten Einpass auf unsere Zuschauer. Genau. Vielleicht kriegen wir auch eine USK. Was ist denn da für ein Geknalle bei mir draußen? Das ist cool, das ist eine Schießerei! Ich will nicht wissen, was bei denen da draußen läuft. Das ist eine Schießerei! Was? Was? Das sind die Amigos gegen die... Sanchez! Klar! Wir sollten eine Umfrage starten. Wie gefällt euch? Das ist ja Köln, warte mal! Das sind die... Die Gay-Schmetterlings! Die Gay-Schmetterlings! Die Gay-Schmetterlings gegen... Die Gay-Schmetterling! Gegen die Vereinigung Deutscher Schlimm BV. Wow! Was ist grad für eine Uhrzeit draußen? Oder wie? Ist hell, dunkel? Hell! Also draußen ist grad dunkel! Wir haben's grad... Es ist hell! In meiner zweiten Welt! In meinem zweiten Leben! Also in der World of Wargrey... In der World of Wargrey... In der World of Wargrey... In Woth... World of... Nee, in Woth... World of Manu... Also in Orgrima ist ja grad hell, ne? Das ist... Ja, ich spiel nebenbei noch... WoW, ne Runde League of Legends, guck mir nebenbei noch die Weltmeisterschaften von League of Legends an... Ja klar, Minecraft... Boah, seid ihr scheiß Nerds ey! Ja genau, ähm... Aber es ist so langweilig grad... Komm lass mal ne Runde Battlefield noch mit zusätzlich spielen... Ich brauch noch was für meinen sechsten... Ja, würdest du sagen, dass da irgendwie... Acht Terminals stehen, ja? Da läuft was anderes... Und guckst noch ein paar Filme... Ja genau... Ja gut, mein Pornoserver der ist grad voll... Kuh, 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 kuh... Da ist ne Kuh, da ist ne Kuh, da ist ne Kuh, da ist ne Kuh, ne Kuh, ne Mo... Enderman! Warum ist ein Enderman hier bei mir unten? Ein Enderman! Komm her Kuh, ich hab Weizen, ja... Lecker Weizen, ja... Ja, dann beeil dich mal mit deiner Kuh... Du Tierliebhaber... Ne? Ist, äh, gleich vorbei... Josh... Komm her... Das lassen wir dir noch durchgehen... Komm her... Ja... Komm schon... Kleines... Komm, 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 komm... Du fettes Räckchen für die nächste Shits... Ja... Nein, 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 nein... Und du bleibst hier drin... Denk nicht mal dran abzuhauen... Ich mach dich kaputt... Stay... Stay... Wir haben ja auch noch einen direkten Sumpf... Wir haben ja alles hier, wa? Nein, was mach... Was macht die Kuh? Mu macht die... Was macht die? Was macht die? Nein, die hockt auf den Zaun und dreht so ein Kreis... Die macht muh... Ist so... Das hat mir mal jemand beigebracht... Die steht auf den Zaun und dreht so ein Kreis... Die steht auf den Zaun und dreht so ein Kreis... Was macht die Kuh? Was macht die Kuh? Oh ja, du bist weh... Ja, die ist auf den Zaun aufgesprungen... Das hat ja... Ja, so ein Pirouetten im Kreis getreten... Alles wird gut, Josh... Alles wird gut... Es ist kein Witz... Ja, 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 ja... Mach Grendale... Gott, die sucht Stress... Ey, was ist hier los? Was? Was? Nein, nein... Das ist ein Freiheitsfall, Liebhaber... Freiheit... Ich werd mich jetzt in Enderman mit nem Holzschwert stürzen... Mit einem Herzchen... Das ist immer gut... Ist immer super eigentlich... Ach... Ich idiot... Und ich hab ihn getötet... Und ich hab ne Enderperne... Oh mein Gott... Weißt du ja... Behalten, ne? Ach... Spastis... Hey... Das glaube ich mein Spruch, ja? Spast... Spast... Immer dieses Scheiß... Geistig... Da hieß, da hieß, da hieß, da hieß, da hieß... Die Essen, was ich wegwerfe, ey... Ja, Spastis, die Fress, was ich wegwerfe, wie sieht's aus... So, ihr Lieben... Äh... Ja, das... Das war's dann mit der... Schon wieder bezogen, ne? Ja, aber total... Weißt du, also wegen Josh und seiner Liebhaber-Kuh da... T-T-T-T-T-T... Die ihm da noch... Was die T-T-T-T... Die ihm da noch nen Liebestanz am Zaun macht, weißt du? T-T-T-T... Ist kein Witz, er hättet ihr ihn mal sehen müssen... Sei lustig aus... Sei interessant aus... Ja, klar... Äh... Ich würd' sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge... Bis dann! Inder? Was mit den Indern? Die machen auch mit, alle... Die Inder? Die Inder? Ja, wir sind schon ein bisschen voll auf dem Server, aber machen wir schon... So... Jo... Bis dann, ne? Tschüss!